Wenn man aus einer sehr positiven Sicht auf die Entwicklung schaut, und das ist immer etwas, was ich zunächst mal tue, weil das einfach sehr motivierend ist, dann denke ich, dass wir in einer Zeit leben, wo man so viel gestalten kann, wie es vielleicht noch nie möglich war. Durch die technologischen Möglichkeiten, durch die Wettbewerbsdimensionen, die einen ja auch anspornen, wenn wir auf Globalisierung schauen, wenn wir auf das schauen, was international passiert. Und das ist erstmal eine Ausgangssituation, die alle nutzen können. Aber wir haben natürlich auch ein paar Herausforderungen, die wir sehen und die wir uns vielleicht vor einigen Jahren so nicht hätten vorstellen können. Ich glaube, die Globalisierung hakt an verschiedenen Stellen. Man sieht das in den ganzen protektionistischen Themen rund um die Chipproduktion, die gerade entstehen, vor allem in einem Verhältnis zwischen den USA und China, was wirklich seit langem nicht so schlecht war, wie es jetzt im Moment ist. Wir sehen, dass wir in Europa einen Krieg haben, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, von dem wir gehofft hatten, dass sowas nicht mehr passieren würde in unserer Zeit. Und wir haben auch vermutlich im gesamten Technologiebereich einige Herausforderungen, die auf uns zukommen, mit denen wir umgehen müssen. Ich denke da zum einen an einen sehr radikalen Wettbewerb um Hochtechnologie. Das betrifft beispielsweise das Quantencomputing, was jetzt als nächste Cutting-Edge-Technologie kommen wird. Und wo wir jetzt schon sehen, dass die Chinesen unfassbar viel Geld in diese Technologie investieren, weil es wirklich ein absolutes Rennen um die leistungsfähigsten Quantencomputer und die Anwendungsmöglichkeiten längst gibt. Natürlich sind die Amerikaner dabei, die Europäer, insbesondere Deutschland, sind da im Moment ganz gut aufgestellt. Aber ich hoffe wirklich, dass wir mit Kraft und Investitionen und auch Ausbildungsmöglichkeiten in dem Feld schauen, dass wir dabei bleiben, weil das wird entscheidend sein. Und ein zweites Feld, was wir natürlich auch sehen, ist das Rennen um Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Wenn man sich anschaut, was zum Jahreswechsel 2022, 2023 passiert ist, dann würde ich sagen, da hatten wir den iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz. Denn diese Anwendung ist plötzlich in der Allgemeinheit angekommen, und zwar durch den Chatbot ChatGPT. Menschen haben angefangen, mit KI zu kommunizieren, Dialoge, Diskurse mit KI zu führen, haben angefangen, ihre E-Mails, ihre Texte, ihre Einladungsschreiben zum Geburtstag mit KI zu verfassen. Und das war vorher so nicht vorstellbar. Und das wird eine Disruption werden, wo jede einzelne Organisation, Unternehmen, unsere ganze Gesellschaft sich fragen muss, was bedeutet das für uns eigentlich? Denn das wird ein weitreichender Umbruch auch für den Arbeitsmarkt werden. Und die Frage ist, wo kommen diese Modelle her? Im Moment kommen sie aus den USA. Es gibt chinesische Large Language Models, chinesische große Sprachmodelle. Aber wir in Europa sind wieder einmal nicht dabei. Ich denke jetzt nicht, dass ChatGPT oder ähnliche Anwendungen gleich das Geschäftsmodell von Trump disruptieren werden. Aber sie werden unsere Wahrnehmung von Wissen, von Qualifikation total verändern. Ich sage voraus, dass wir eine absolute Inflation von Spezialwissen haben werden. Was bedeutet, dass ganz viele spezifische Dinge durch ChatGPT, durch diese Datenanalytik in dieser Menge und in dieser Schnelligkeit ersetzt werden können? Aber wir werden einen absoluten Mangel an Persönlichkeitsbildung haben und an adaptivem Mindset, mit dem man in der Lage ist, den Wandel zu bewerkstelligen. Und wenn sie eine Entscheidung treffen müssen über eine Maschine, die für mehrere Millionen angeschafft wird, dann glaube ich nicht, dass ChatGPT diese Entscheidung in Zukunft treffen wird, sondern dass man dafür Erfahrung braucht und Persönlichkeitsbildung braucht und die Möglichkeit, miteinander in einen Abstimmungsprozess zu gehen. Und das wird unseren Arbeitsmarkt sehr auseinandernehmen. Ich erinnere mich dabei daran, dass ich 2016 ein Interview mit Nicola Leibinger-Kammüller und Matthias Kammüller geführt habe. Und da haben wir auch über die Veränderung des Arbeitsmarktes durch künstliche Intelligenz geredet. Und da hat sie etwas Ähnliches gesagt wie, bei uns werden es nicht die Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter sein, die bedroht sind, sondern vielleicht eher die, die am Schreibtisch sitzen und die Produktaufträge bearbeiten. Und das war ziemlich vorausschauend. Und jetzt haben wir eine Disruption durch ChatGPT und anderes. Das wird sehr schnell sehr weitreichend sein. Und ich glaube, Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen haben natürlich über die Unternehmenskultur, über die Tradition, auch über die Schnelligkeit in vielen Entscheidungen, wie sie dort eben getroffen werden, schon einen Vorteil, damit umzugehen, wenn sie das als Chance, als Opportunität begreifen und nicht vor Angst plötzlich in eine Starre verfallen. Ein Unternehmen wie Trumpf als Technologievorreiter ist natürlich Vorbild für viele andere. Und ich denke, das ist wichtig, weil das natürlich sehr motivierend ist für eine große Unternehmensgruppe, die mittelständischen Unternehmen, die Familienunternehmen, die in Deutschland, in Europa immer noch eine große Bedeutung haben. Und mein Gefühl ist, dass wir uns darauf einstellen müssen, auch Unternehmen wie Trumpf sich darauf einstellen müssen, dass man sehr viel mehr Energie in das Management dieser Rahmenbedingungen setzen muss, weil die eben sehr volatil sind, weil sie sich sehr schnell ändern und weil sie auch die ein oder andere ungute Überraschungen bringen. Und das andere, was ich sehe, ist, und da ist meines Erachtens Trumpf ja wirklich gut aufgestellt, ist die Investitionen in Forschung und Entwicklung. Sie haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in den vergangenen zehn Jahren ihre Investitionen in dem Feld verdoppelt und sind sowieso hoch da unterwegs, als Hochtechnologieunternehmen natürlich. Aber das ist ein Punkt, den wir brauchen. Man muss cutting edge sein, man muss vorne dabei sein. Und das bedeutet auch, dass Entscheidungen schnell und klar und konsequent getroffen werden müssen. Für mich ist Optimismus eine Überlebensstrategie und übrigens auch eine Haltung, die mir persönlich Lebensfreude bringt. Ich glaube, wir brauchen das. Und die ganzen Diskussionen darüber, dass wir in Deutschland oft sehr pessimistisch auf die Dinge, auch auf die Zukunft schauen, die ist schon berechtigt. Ich glaube, da können wir besser werden. Und es gibt übrigens auch viele Gründe dafür, weil dieses Land mit all seiner Infrastruktur, mit all seinen Unternehmen, mit all seinen Menschen ist extrem stark. Es dürfte etwas schneller, es dürfte etwas flexibler und es dürfte etwas zuversichtlicher werden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wo ich daran denke, wenn ich mich frage, wie werden wir mit großen Herausforderungen fertig, wie beispielsweise dem Klimawandel. Als ich Jugendliche war, kam ein Thema plötzlich auf, das wirklich sehr bedrohlich war, nämlich das Ozonloch. Und ich erinnere mich, wann immer ich mich in die Sonne legen wollte, haben meine Eltern gesagt, lass das, das ist gefährlich, selbst der Sonnenschutz hilft nicht. Und wir kriegen alle Hautkrebs. Das war eine Riesendiskussion damals. Und was ist dann gelungen? Es ist tatsächlich gelungen, im Montreal-Protokoll 1987 ein Abkommen zu schließen, was das weltweit erfolgreichste Abkommen aller Zeiten war, weil sich so viele Staaten fast 100 daran beteiligt haben. Und was ist noch gelungen? Das Ozonloch zu verkleinern um 50 Prozent. Und warum ist das gelungen? Weil man nicht hingegangen ist und gesagt hat, ihr müsst alles lassen. Ihr dürft nur noch verzichten und ihr dürft keine Freude mehr haben und ab jetzt wird die Welt furchtbar. Das funktioniert doch nicht als motivierende Perspektive. Man hat da gesagt, wir müssen reduzieren, Schritt für Schritt. Und das wird lange dauern, aber wir werden es schaffen. Und ich glaube, jetzt angesichts der Herausforderungen, die wir jetzt haben, lohnt es sich, solche historischen Beispiele mal anzuschauen, weil es ist uns schon mal sowas gelungen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir da in einer internationalen Zusammenarbeit mit mehr Zuversicht und auch mit mehr Entschiedenheit sagen, das schaffen wir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass ein solches Jubiläum 100 Jahre eine Wahnsinnsmöglichkeit ist, sich klarzumachen, was da eigentlich gelungen ist. Über alles, wenn wir zurückschauen 1923 bis 2023, über alles, was da passiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit aus heutiger Sicht, dass das geklappt hat, doch zwischendurch wirklich klein gewesen. Und dass es dann geklappt hat, ist ja bemerkenswert. Also was haben wir in den 100 Jahren erlebt? Wir haben damals 1923 eine wahnsinnige Inflation gehabt. Für ein Brot musste man 10 Millionen Reichsmark bezahlen. Wir haben die erste Währungsreform in dem Jahr gehabt. Wir haben das Erstermächtigungsgesetz gehabt, wo sozusagen politisch sich schon abgezeichnet hat, was da passierte. Und die Reichsregierung plötzlich in der Lage war, Entscheidungen zu treffen, ohne auf die Grundrechte in der Reichsverfassung Rücksicht nehmen zu müssen. Wir haben den Hitlerputsch gehabt. Wir haben das Wachsen der NSDAP gehabt. Und all diese politischen Zeichen, die dann eben nach einem gerade zurückliegenden Ersten Weltkrieg, von dem man damals noch nicht wusste, dass es der Erste war, man hoffte, das war der Einzige, ein Zweiter Weltkrieg dann schon sozusagen sich abzeichnete. Und das sind natürlich Dinge, die man sich heute wirklich klar machen muss, um zu sehen, was da passiert ist. Und auch danach. Ich meine, wir hatten dann einen Zweiten Weltkrieg. Wir hatten ein Wirtschaftswunder. Wir haben eine Globalisierung als einen komplett die Wirtschaft, die Gesellschaft weltweit umbauenden Prozess gehabt. Wir haben das Ende der deutschen Teilung, den Fall der Mauer gehabt. Wir haben technologische Durchbrüche gehabt. Künstliche Intelligenz als Begriff ist zum ersten Mal aufgetaucht in den 50er Jahren auf einer amerikanischen Wissenschaftskonferenz. Hatte dann schon einen KI-Winter, eine Zeit, wo niemand sich mehr mit dieser Technologie beschäftigen wollte. Und heute ist das unser Treiber in vielen Themen. Und wenn man das alles anschaut, dann glaube ich, ist der Moment des Innehaltens und sich Klarmachens, wow, hier ist etwas gelungen, against all odds, gegen alle Widrigkeiten und Erwartungen, dieser Moment ist es schon wert, begangen zu werden. Ich glaube, die richtige Art und Weise, damit umzugehen, ist, sich die Tradition zu vergegenwärtigen. Das tut man ja auch in einem solchen Jubiläumsjahr. Aber eben zu wissen, dass man sich darauf nicht ausruhen kann, sondern dass es nach vorne gehen muss, dass die Welt vermutlich sich immer schneller verändern wird, deutlich schneller, als das in den vergangenen Jahrzehnten der Fall war. Und dass man die Kraft haben muss und alle mitnehmen muss, um diese Veränderung zu bewerkstelligen.